Dieses zu erwerbende renovierungsbedürftige Achtzimmermehrfamilienhaus liegt in York Rim. Das im Jahr 1964 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Immobilie verfügt über zwei Parkplätze. Die Immobilie verfügt über zwei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 670 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 178 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 280.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum letzten Mal. Vielen Dank.